Hallo liebe Zuschauer, Frau Wagenknecht hat sich zwischenzeitlich wieder mehrfach zur aktuellen Corona-Lage geäußert, diesmal auf ihrem eigenen Kanal. Sie hat kurz vor Weihnachten ein Video mit dem Titel Wortbruch Corona-Impfpflicht ein kopfloses Ablenkungsmanöver veröffentlicht. Ablenkungsmanöver? Wer und wovon wird abgelenkt? Hat wohl Frau Wagenknecht seit ihrem Auftritt bei Anne Will ihre Fakten geprüft? Das werden wir bald sehen. In den ersten Minuten werden einige Video-Ausschnitte von Politikern der alten und neuen Regierung gezeigt, in denen sie alle sagen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. So eine Art Impfzwang, ich will mal deutlich sagen, das ist Unfug. Eine Impfpflicht wäre nicht verhältnismäßig. Tja, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Dieses erprobte Politiker-Motto, das gilt jetzt offenbar auch für die Impfpflicht. Politiker haben also ihr Wort gebrochen. Sie haben uns versprochen, dass es keine Impfpflicht geben wird und neuerlich reden sie dann noch täglich über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Für medizinisches Personal wurde diese sogar schon angekündigt. Frau Wagenknecht sagt auch gleich, woran das liegen könnte. Herr Söder war der Erste, ein Landeschef nach dem nächsten fiel um und inzwischen ist auch Olaf Scholz dafür. Die allgemeine Impfpflicht soll kommen. Naja, mögen viele sagen, wenn die Lage sich ändert, muss man halt seine Meinung auch ändern. Also soweit ich weiß, wurde eine Impfpflicht bisher nur für Mitarbeiter im Gesundheitswesen gebilligt. Aber wir müssen natürlich nicht so tun, als wüssten wir nicht alle, dass die Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht auch sicherlich im Hintergrund läuft. Es ist aber noch nicht so weit, unabhängig davon, ob Landeschefs oder Kanzler Scholz dafür sind oder nicht. Nicht falsch verstehen, ich würde eine allgemeine Impfpflicht sofort begrüßen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese wirklich durchgesetzt werden kann. Frau Wagenknecht verrät uns aber auch gleich eine vernünftige Antwort auf die Frage, die sie selbst gestellt hat. Ja, die Lage hat sich geändert und das sollte dazu führen, dass Verantwortliche ihre Meinung und Sichtweise anpassen, gegebenenfalls sogar komplett ändern. Das Video könnte also gleich beendet werden. Sie kann ihre eigene Frage beantworten. So schnell geht es aber leider nicht. Was hat sich geändert? Klar, die Zahlen sind unverändert hoch. Die Krankenhäuser sind stark belastet, auch wenn die vom RKI ausgewiesene Hospitalisierungsrate, die ja eigentlich jetzt immer der Maßstab sein sollte, seit gut einer Woche permanent sinkt, warum auch immer. Aber klar, die Zustände sind nicht gut. Sie hat in diesen Sätzen eine kleine Fehlinformation versteckt. Sie sagte, Krankenhäuser wären stark belastet, auch wenn die Hospitalisierungsrate seit einer Woche sinken würde. Was damit wieder suggeriert werden möchte, haben wir alle verstanden. Warum sind Krankenhäuser also weiterhin ausgelastet, wenn die Hospitalisierungsrate sinkt? Es reicht ein kurzer Blick auf die RKI-Daten und wir sehen es gleich. Die Anzahl an Corona-Patienten, die auf Intensivstationen liegen, hat sich in den letzten zwei Monaten vervierfacht und bleibt seit Wochen auf einem konstant hohen Niveau. Aber klar, die Zustände sind nicht gut. Die Engpässe, gerade auf den Intensivstationen, sind akut. Das kann man nicht schönreden. Und dann kommt jetzt auch noch dazu, als ultimativer Horror, eine neue Supermutante, Omikron aus Afrika. Es gibt keinen ultimativen Horror oder Supermutante. Ja, ich verstehe diesen Versuch, die Sache mit der Omikron-Variante durch Übertreibung lächerlich machen zu wollen, wieder nicht. Und da waren natürlich gleich wieder alle Medien in hellster Aufregung. Herr Wieler zeigte sich besorgt. Herr Drosten zeigte sich besorgt. Und Olaf Scholz spricht im Handelsblatt sogar von einer dramatischen Herausforderung. Denn immerhin seien schon sechs Fälle von Omikron in Deutschland registriert worden. Ich finde es auch ziemlich dramatisch, wenn eine neue Variante innerhalb von Wochen auch hier ankommt. Es geht dabei selbstverständlich nicht darum, ob es sechs Fälle sind. Es geht darum, dass die Variante schon da ist und sie wird sich verbreiten. Das haben wir inzwischen auch gut sehen können. Da es sich um eine neue Variante mit besorgniserregenden Eigenschaften handelt, würde ich von jedem vernünftigen Menschen erwarten, dass die neue Situation ernst genommen und nicht ins Lächerliche gezogen und bagatellisiert wird. Nach meinem kurzen Video über die Omikron-Variante ist mir klar geworden, dass viele nicht wussten, dass die Bezeichnung besorgniserregend tatsächlich auf einer klaren Definition und Kriterien beruht und nicht bedeutet, dass wir uns einfach Sorgen machen müssen. Ihr könnt euch gerne dieses Video angucken, es ist nur vier Minuten lang. Übrigens, seitdem ich dieses Video vorbereitet habe, sind inzwischen zwei, drei, ich denke sogar vier Wochen vergangen. Die Omikron-Variante hat sich in dieser Zeit bereits rasant verbreitet. Noch viel infektiöser soll dieser neue Virus sein, möglicherweise gefährlicher. Vor allem könnte es sein, dass er den Impfschutz umgeht. Ja und klar, eine Mutante, die vielleicht den Impfschutz aushebelt, die ist natürlich das ultimative Argument für eine allgemeine Impfpflicht. Frau Wagenknecht, Sie haben scheinbar weiterhin Probleme mit den Fakten. Ich würde erstmal vorschlagen, dass wir die wissenschaftlichen Ergebnisse abwarten, bevor wir zumutbare Eigenschaften einer noch nicht gut bekannten Variante gegen eine noch nicht existierende allgemeine Impfpflicht abwägen. Spekulativer geht das gar nicht. Wenn man übrigens die bisherigen Daten anguckt, scheint eine Dreifach-Impfung sehr wohl gegen Omikron zu schützen. Das sind aber immer noch nur Labordaten und diese sind nicht genug, um eine definitive Antwort zu geben. Sollte sich aber herausstellen, dass die aktuellen Impfungen nicht gut genug schützen, wird es wahrscheinlich bis Ende März einen angepassten Impfstoff geben. Sie brauchen sich also keine Sorgen machen, liebe Frau Wagenknecht. Bis und wenn überhaupt eine allgemeine Impfpflicht kommt, wird diese Frage geklärt. Wir können uns dann erneut über dieses Thema unterhalten. Nein, aber im Ernst, eigentlich wissen wir über Omikron noch so gut wie gar nichts. Wir dürfen aber Omikron trotzdem zu Stimmungsmacher gegen die Impfung missbrauchen, nicht wahr? Aber Genaues weiß man vielleicht in zwei oder drei oder vier Wochen. Aber nein, erstmal ganz große Panik verbreiten. So viel Panik, dass jetzt alle sagen, klar, nun brauchen wir die Impfung. Es wird seit zwei Jahren gesagt, dass wir die Impfung brauchen, nicht erst seit November. Und die Impfstoffhersteller natürlich haben auch sofort gesagt, ja, wir können ja den Impfschutz anpassen. Wir können natürlich die Impfstoffe verändern. Und dann angeblich sei das ja der große Vorzug der mRNA-Impfstoffe, dass sie immer wieder angepasst werden können an neue Virusmutationen. Na, ich erinnere mich dunkel, das wurde uns doch im Frühjahr schon mal erzählt. Nämlich im Frühjahr, als die Delta-Variante aufkam. Da wurde auch gesagt, ja klar, können wir den Impfschutz anpassen. Und nach allem, was man weiß, Herr Kekulé hat vor kurzem darauf hingewiesen, stehen tatsächlich auch schon Impfdosen in den Regalen der Impfhersteller, die genau auf die Delta-Variante zugeschnitten sind. Ja, da fragt sich doch der naive Bürger, wieso eigentlich hat die Politik nicht darauf bestanden, dass genau diese Impfstoffe dann auch spätestens ab Sommer diesen Jahres eingesetzt werden? Tja, warum wohl? Ein neuer Impfstoff gegen eine neue Variante muss neu zugelassen werden und das kostet Zeit und Geld. Zudem ist es jedes Mal ein neues Risiko für den Hersteller. Was die Delta-Variante angeht, konnte bewiesen werden, dass die bereits vorhandenen Impfstoffe, vor allem wenn diese ordnungsgemäß aufgefrischt werden, weiterhin einen effektiven Schutz bieten. Es gibt also keinen Grund für die Freigabe neuer Impfstoffe. Frau Wagenknecht, darf ich etwas unter vier Augen fragen? Haben Sie keinen wissenschaftlichen Berater? Haben Sie wirklich niemanden, den Sie vor der Veröffentlichung Ihrer Videos fragen könnten? Sie sind eine angesehene Person. Bitte holen Sie sich Hilfe zu Themen, die Sie nicht ganz verstehen. Aber wir verimpfen nach wie vor genau den Impfstoff, der gegen ein Virus entwickelt wurde, das es so gar nicht mehr gibt. Das Virus gibt es natürlich weiterhin. Eine Variante bedeutet nicht, dass das Virus sich grundlegend verändert hätte. Deswegen nennt man das Virus auch nicht SARS-CoV-3, sondern immer noch SARS-CoV-2. Das hätte ein wissenschaftlicher Berater auch erklären können. Sehen Sie? Das einzige, was sich gegenüber dem Frühjahr verändert hat, ist der Preis. Der ist nämlich um 25% gestiegen. Laut des hier zitierten Artikels sollten die Preise bei Pfizer von 15,50 Euro auf 19,50 Euro steigen. Moderna sollte auch 21,50 Euro statt 19 Euro für eine Dosis verlangen. Ob man diese Preisangaben glauben kann, würde ich in Frage stellen. Wenn man der belgischen Staatssekretärin glauben kann, würde die EU deutlich weniger bezahlen als das, was die Apothekerzeitung veröffentlicht hat. Laut dieser Quelle würde die EU 12 Euro für den Biontech-Impfstoff und 18 Euro für Moderna bezahlen. Die anderen Impfstoffe wären sogar deutlich günstiger. Und hier sage ich schon, das sind große Fragezeichen. Wieso eigentlich wurden auch die Menschen nicht früher gewarnt? Man wusste im Sommer, dass der Impfschutz nachlässt. Stattdessen hat man bis heute die Legende erzählt, die Ungeimpften sind an allem schuld. Statt die Geimpften zu warnen, dass sie erstens ansteckend weiterhin sind und gerade mit der Delta-Variante fast genauso wie die Ungeimpften. Und zweitens, dass eben gerade ältere Menschen, für die die Krankheit ja wirklich eine sehr große Bedrohung sein kann, sich nicht mehr darauf verlassen können, dass ihr Impfschutz weiterhin so hoch ist, wie er ihnen am Anfang versprochen wurde. Nein, man hat nichts gewarnt. Das ist ein klassisches, wagenknechtsches Ablenkungsmanöver. Es wird wieder so viel Unsinn erzählt, dass man bis zum Ende des Satzes den Überblick verliert. Lasst uns aber jede Aussage einzeln prüfen. Man wusste im Sommer, dass der Impfschutz nachlässt. Die Delta-Variante ist erst im Sommer in Deutschland richtig angekommen. Zu dem Zeitpunkt liefen noch einige Studien, aber die ersten Ergebnisse haben bereits gezeigt, dass zweimal Geimpfte sehr gut gegen die Delta-Variante geschützt sind. Wieso eigentlich wurden auch die Menschen nicht früher gewarnt? Das ZDF zum Beispiel hat die Ergebnisse im Juli richtig schön zusammengefasst und einfach verständlich präsentiert. Jeder konnte sich bereits im Sommer mühelos informieren. Die Menschen wurden nicht nur vor der neuen Variante gewarnt. Es wurde offen und laut erklärt, dass nur eine Doppelimpfung gegen die Delta-Variante schützen wird. Sich nicht mehr darauf verlassen können, dass ihr Impfschutz weiterhin so hoch ist, wie er ihnen am Anfang versprochen wurde. Nein, man hat nichts gewarnt. Seit der Impfung der ersten Deutschen sind bis Anfang Sommer gerade sechs Monate vergangen. Man wusste also noch nicht, dass der Impfschutz nachlässt. Man hat diese Tatsache ein paar Monate später bemerkt und Ende Oktober, Anfang November kam die Empfehlung zum Boostern. Hätte das eher kommen können? Klar, die Politik ist zu träge. Da sind wir absolut einig. Aber gerade im Sommer haben wir noch ganz andere Probleme gehabt. Bis Juli wurden nämlich nicht mal 40% der Bevölkerung überhaupt geimpft. Frau Wagenknecht bemängert aber nachträglich die Aufklärung über eine dritte Impfung. Zu einer Zeit, in der nicht mal die zweite durch war. Man kann die damalige Regierung für vieles kritisieren, das habe ich auch selbst getan. Aber diese Kritik von einer Person zu ertragen, die die ganze Zeit nur trotzig gegen gehalten und sonst nichts Sinnvolles zur gemeinsamen Sache beigetragen hat, ist ausgesprochen schwer. Die Legende erzählt, die Ungeimpften sind an allem schuld. Niemand hat gesagt, dass Ungeimpfte an allem schuld wären. Man kann aber die Tatsache nicht wegdiskutieren, dass Ungeimpfte viel häufiger krank werden und daher das Gesundheitssystem unverhältnismäßig mehr belasten als Geimpfte. Das habe ich in diesem Video ausführlich erklärt und gezeigt. Statt die Geimpften zu warnen, dass sie erstens ansteckend weiterhin sind und gerade mit der Delta-Variante fast genauso wie die Ungeimpften. Geimpfte wurden gewarnt, dass sie weiterhin ansteckend sein könnten, aber natürlich nicht fast genauso wie Ungeimpfte. Wir wissen, dass Geimpfte eine geringere Viruslast haben und sie auch im Fall einer Durchbruchinfektion nicht so lange infektiös sind wie Ungeimpfte. Das war mindestens vor Omikron noch so. Das wurde auch offen kommuniziert. Geimpfte mussten ausgerechnet aus diesem Grund die ganze Zeit weiterhin Maske tragen und sich an Hygienervorschriften halten. Und jetzt kommt dann wahrscheinlich 2G+. Dass eben gerade ältere Menschen, für die die Krankheit ja wirklich eine sehr große Bedrohung sein kann, sich nicht mehr darauf verlassen können, dass ihr Impfschutz weiterhin so hoch ist, wie er ihnen am Anfang versprochen wurde. Nein, man hat nichts gewarnt. Man hat es laufen lassen. Doch man hat das erzählt. Man erzählt das seit Monaten. Frau Wagenknecht hat aber offensichtlich eine sehr selektive Wahrnehmung. Das war jetzt wieder ein schönes Beispiel dafür, warum es unmöglich ist, mit so jemanden live zu diskutieren. Man müsste sie nach jedem einzelnen Halbsatz unterbrechen und erzählen, dass ihre Behauptungen falsch sind. Man hat es laufen lassen. Und jetzt verimpft man die alten Impfstoffe weiter. Und jetzt kommt also Omikron. Und weil es jetzt alles noch viel bedrohlicher wird, soll also jetzt die allgemeine Impfpflicht es richten. Und da muss man auch nochmal sagen, liebe Geimpfte, bitte hört genau hin, wenn ihr denkt, das betrifft euch nicht. Herr Scholz hat nämlich ganz klar gesagt, der Impfstatus hat ein Verfallsdatum. Nach seinem Vorschlag sollen das sechs Monate sein. Also wer sich nach sechs Monaten nicht neu impfen lässt, der gilt wieder als ungeimpft. Frau Wagenknecht zitiert also auch die Bild-Zeitung. Großartig. Großartig. Was hat Herr Scholz gesagt? Wer sich sechs Monate nach der zweiten Impfung nicht boostern lässt, gilt bald als Ungeimpfter. Die Formulierung Corona-Hammer ist übrigens ein sicheres Zeichen für Spitzenjournalismus. Der wird inzwischen wissen, dass die Impfungen mit der Zeit an Wirksamkeit verlieren, ist es absolut logisch und nachvollziehbar, dass der Impfstatus nicht bis zum Lebensende gelten kann. Die neun Monate erscheinen mir sehr sinnvoll und nachvollziehbar. Das betrifft momentan nur die Situation zwischen der zweiten und dritten Impfung. Da die dritte Impfung eine massive Immuneaktion auslöst, kann man sehr wohl darauf hoffen, dass die Schutzwirkung auch länger anhält. Gegen Influencer gibt es schon seit vielen Jahren eine jährliche Auffrischungsimpfung. Bitte tun wir nicht so, als würde gerade etwas ganz Außergewöhnliches und Sensationelles abgehen. Kann sein, dass man die sechs Monate noch auf neun Monate ausweitet. Das ist ja der Vorschlag der EU, dass immer nach neun Monaten quasi der geimpften Status verfällt. Nicht immer. Immer nach neun Monaten. Nicht immer. Nach der zweiten Impfung. Was nach der dritten passiert, wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht, wie lange der Impfschutz nach drei Impfungen hält. Wenn es bewiesen werden kann, dass die dritte Impfung ein Jahr lang oder länger hält, wird der Impfstatus länger gelten. Das ist auch zu erwarten, da die dritte Impfung eine sehr starke Immuneaktion auslöst. Also die gesamte Bevölkerung alle paar Monate unter Strafandrohung durchzuimpfen, das soll jetzt wirklich der Ausweg aus der Corona-Pandemie sein? Wir müssen nur so lange impfen, bis die Pandemie endemisch wird. Das ist das Ziel und das wird nicht anders gehen. Ich weiß, Frau Wagenknecht, Sie sind nur Laie und Sie wollen nur Fragen stellen. Wenn ich eine seriöse Zulassung habe in der Europäischen Union, wo ich mich darauf verlassen kann, die haben geprüft, wie sind da die Nebenwirkungen. Ich weiß es nicht, ich bin ja ein Laie. Mich würde aber wirklich interessieren, was Ihr Vorschlag wäre. Sollen wir Ihrem Beispiel folgen und die Impfung verweigern? Wäre das der Weg aus der Pandemie? Also manchmal frage ich mich, haben die wirklich ihren Verstand verloren? Das frage ich mich auch, Frau Wagenknecht. Jedes Mal, wenn Sie ein neues Video veröffentlichen. Und ich finde, man muss viel mehr darüber reden, was in den letzten Wochen und Monaten versäumt wurde und was jetzt dringend getan werden sollte, um Menschen zu schützen. Da gäbe es nämlich einiges und darauf will ich auch in der zweiten Hälfte dieses Videos noch eingehen. Das klingt viel spannender als die schon zigmal widerlegten Lügen, lasst uns also genau dort weitermachen. Die erste Empfehlung Wagenknechts wäre, dass man in Deutschland den chinesischen Impfstoff zulassen sollte. Ich habe selber in den letzten Wochen unglaublich viel Post und Mails von Menschen bekommen und ganz viele haben mir geschrieben, auch Ältere. Ja, sie würden sich impfen lassen, wenn man denn endlich einen klassischen, einen traditionellen Impfstoff hätte. Das heißt, wenn wir in Deutschland die von der WHO empfohlenen, weltweit längst milliardenfach verimpften klassischen Corona-Impfstoffe, die gibt es ja zum Beispiel aus China, wenn wir die hier zulassen würden, und sie sind in einigen anderen EU-Ländern zumindest anerkannt, wenn wir die hier zulassen würden, dann wäre das natürlich ein ganz gewaltiger Schritt, um die Impfquote zu steigern. Und ich glaube, auch viele Ältere, die sich bisher nicht haben impfen lassen, auch von einer Impfung zu überzeugen. Das wäre ja ein sinnvoller Schritt. Vor allem Ältere wären sicherlich ganz begeistert von diesem Impfstoff, aber vielleicht hat Frau Wagenknecht damit recht. Vielleicht werden manche sich lieber mit Totimpfstoffen impfen lassen. Die Novavax-Impfung, auch ein Totimpfstoff, wurde vor kurzem zugelassen und wir sehen bald, wie viele Menschen die Impfzentren stüren werden. Ich hoffe, dass Frau Wagenknecht recht hat und dieser Impfstoff die Impfquote deutlich verbessern wird. Ich hoffe. Was ist aber übrigens mit Frau Wagenknecht? Sie hat auch die ganze Zeit erzählt, dass sie sich mit einem Totimpfstoff sehr wohl impfen lassen würde. Ich denke, ich habe ein Video gesehen, in dem sie auch zu diesem Thema gefragt wurde. Bisher waren Sie skeptisch, was die Impfung angeht. Jetzt gibt es ja Novavax, das in der EU zugelassen worden ist. Ändert das Ihre Meinung jetzt ganz persönlich, was Ihre Impfung angeht? Ich habe immer gefordert, dass wir in der EU und auch in Deutschland endlich Zugang zu traditionellen Impfstoffen haben. Ob Novavax ein traditioneller Impfstoff ist, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen von Experten. Aber ich denke, eines bleibt auf jeden Fall richtig. Wer zumindest über 60 ist, erst recht, wer über 70 ist, der hat ein sehr, sehr großes Risiko, an Corona schwer zu erkranken. Ich fühle mich nicht kompetent, hier Ratschläge zu geben, welchen Impfstoff man nimmt. Natürlich keine Beratung für andere, aber bei Ihnen selber Politikerinnen und Politiker sind ja Vorbilder auch in Deutschland. Heißt auch, Ihre Entscheidung ist ja für viele Menschen bestimmt wichtig, die dieselben Ängste oder Bedenken, wie Sie bisher hatten. Deswegen noch einmal die Frage, wie Sie persönlich jetzt dazu stehen, jetzt wo es Novavax in der EU zugelassen gibt, der ja als eine Art Totimpfstoff gilt. Na ja, wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie klassisch oder wie traditionell der Impfstoff jetzt ist. Es ist ja auch noch ein anderer, der hoffentlich bald zugelassen wird, weil Neva. Insoweit ist es zumindest schon mal gut, dass es hoffentlich im Frühjahr mehr Auswahl geben wird. Muss ich dazu noch was sagen? Na, das habe ich mir genauso gedacht. Wie auch dieses Beispiel zeigt, wir sollten keine besonders großen Erwartungen haben. Seit einigen Wochen, seitdem sich die Zulassung des ersten Totimpfstoffs näherte, kamen auch natürlich wieder die Impfgegnerberichte. Wodak hat bereits Alarm geschlagen und erzählte in einem Video, dass die Totimpfstoffe auch alle schlecht wären und man sollte sich mit denen auch nicht impfen lassen. Ich finde, es ist ein Skandal. Die tun so, als wäre das jetzt endlich mal mit einem normalen Virus verimpft und das ist so wie eine normale Impfung. Nein, hier werden Gucleinsäuren gespritzt. Er hat übrigens auch die von Frau Wagenknecht angepriesene Sinovacs erwähnt und schlecht gemacht. Am Ende wird sich doch herausstellen, dass Impfgegner den Mangel an Totimpfstoffen nur als Entschuldigung missbraucht haben und sich auch nicht mit denen impfen lassen werden. Bisher waren die mRNA-Impfstoffe nicht gut genug. Ein Totimpfstoff musste er. Ja, jetzt ist er da, aber er ist nicht der Richtige. Zweiter Vorschlag von Frau Wagenknecht. Und gegen solche Gefahren geht man nicht vor und das verbietet sich auch, indem man die Gesamtbevölkerung in Haftung nimmt. Und gegen solche Gefahren sollte man auch nicht vorgehen, indem man Menschen zu etwas zwingt, sondern indem man sie versucht, von etwas zu überzeugen, nämlich die, die wirklich gefährdet sind. Man sollte keine allgemeine Impfpflicht einführen. Man sollte stattdessen die, die wirklich gefährdet sind, überzeugen, sich impfen zu lassen. Das haben wir zwei Jahre lang versucht und wir haben gesehen, was wir damit erreicht haben. Die Mehrheit hat das Problem verstanden und macht mit. Eine Minderheit hält aber stur dagegen und lässt sich nicht überzeugen. Durch diese Minderheit werden auch andere Menschen gefährdet. Diese Minderheit belastet das Gesundheitssystem unverhältnismäßig. Diese Minderheit hält die Pandemie am Leben und diese Minderheit bietet für das Virus die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und neue Varianten zu bilden. Nicht nur diese Minderheit, aber ihre Rolle in diesem Problem ist unverhältnismäßig groß. Die Argumente von Frau Wagenknecht sind legitim. Aber diese andere Seite sollte auch gehört werden. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, es sind ja noch längst nicht alle anderen Mittel ausgeschöpft, die es gibt, um Ältere zu schützen. Ich weiß persönlich von Krankenhäusern, wo es bis heute nicht üblich ist, dass die Geimpften, Krankenpflegerinnen und Pfleger regelmäßig getestet werden. Das schreibt das Gesetz vor. Und ich glaube nicht, dass es in Deutschland ein Krankenhaus gibt, in dem das Personal nicht getestet wird. Wenn sie von sowas Kenntnis haben, nehmen sie Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf und das Problem wird am nächsten Tag gelöst. Ich bin dreimal geimpft worden und muss mich jede Woche mehrfach testen lassen. Wenn man die Ungeimpften damit drangsaliert, dass sie sich noch nicht mal selber testen dürfen, obwohl sie dafür ja die Qualifikation haben, sondern dass sie den Test aus irgendeinem Testzentrum brauchen, wo sie dann hinlaufen müssen, möglichst noch dicht gedrängt mit anderen Leuten stehen. Das ist eine völlig verrückte Politik. Medizinisches Personal wird im Krankenhaus getestet. Sie müssen sich keine Tests aus Impfzentren holen. Machen Sie sich bitte nicht lächerlich. Das Problem wird hoffentlich ab März nächstes Jahres sowieso gelöst. Und was auch immer ausgeklammert wird in den ganzen Debatten. Wir haben ja nicht nur Geimpfte und Ungeimpfte. Wir haben wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Menschen, die das Virus längst hatten und es gar nicht gemerkt haben. Wir haben auch ganz viele, das ist auch inzwischen wissenschaftlich belegt, die eine natürliche Immunität haben, weil es gibt bestimmte Erkältungsviren. Wenn man gegen die immun ist, dann ist man sogar auch gegen dieses Coronavirus immun. Das könnte zwar eine sehr kleine Minderheit betreffen, aber alles, was sie dazu sagt, ist hoch spekulativ. Wie sollte man diese Menschen identifizieren können? Wie? Das ist unmöglich. Was man meines Erachtens auch überhaupt bisher nicht ausgeschöpft hat, ist sich besser anzugucken, wie frühzeitig, wenn Menschen mit einem potenziell schweren Verlauf eine solche Infektion bekommen, wie man frühzeitig mit medikamentösen Therapien gegensteuern kann. Wir haben das schon sehr gut im Blick, aber um das zu verstehen, bräuchte Frau Wagenknecht entweder Fachkenntnisse, die sie nicht hat, oder wenigstens einen Berater. Diesen Fehlschluss haben wir schon so oft gehört. Ich denke zuletzt von Frau Homburg-Mock oder wie sie hieß. Wir sollten eine vermeidbare Krankheit nicht vermeiden, sondern frühzeitig therapieren. Keine Vorsorge betreiben, sondern erstmal krank werden lassen und dann behandeln. Was für ein Unsinn ist das? Es gibt inzwischen Antikörper, die man ganz früh geben kann. Man kann diese aber nur sehr begrenzt einsetzen. Die Präparate, die ich kenne, darf man nur in den ersten 1-3 Tagen nach der Infektion an Patienten, die keinen Sauerstoff brauchen und keine Lungeninfiatrate haben, anwenden. Diese Medikamente haben außerdem selbstverständlich auch Nebenwirkungen, die sogar häufiger und heftiger sein können als Impfnebenwirkungen. Es ist zwar für mich nicht wichtig, aber Frau Wagenknecht hat sich solche Sorgen um die 20 Euro teuren Impfungen gemacht. Diese 1000 Euro teuren Medikamente machen aber nichts für sie aus. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, man sollte vermeidbare Krankheiten vermeiden. Wenn man jemanden erstmal krank werden lässt, dann rennt man immer der Sache hinterher und riskiert viel mehr als mit einer Impfung. Aber die Wahrheit ist doch auch, niemand weiß, wie oft man wirklich boostern kann, wie oft das Immunsystem reagiert, ob die Abstände dann vielleicht immer kürzer werden müssen. Frau Wagenknecht, Menschen vom Fach wissen das schon. Ich glaube schon, dass sie das nicht wissen. Das ist uns alle klar. Meine Güte, das war's schon. Ich habe das Video zu Ende geguckt und es kamen keine weiteren Vorschläge zur Bekämpfung der Pandemie. Wir sollten Totimpfstoffe zulassen, am besten aus China, und wir sollten nur Menschen impfen, die nach der Meinung von Frau Wagenknecht wirklich gefährdet sind. Sie aber auch nur, wenn wir sie überzeugen können, sich impfen zu lassen. Wir sollten die Krankheit außerdem nicht verhindern, sondern lieber bereits kranke Menschen mit sündentreueren Medikamenten behandeln. Na, Frau Wagenknecht, das ist aber ziemlich dünn. Ich hätte erwartet, dass jemand wie Sie, die keine Mühe scheut, all die Lügen und Unwahrheiten in solchen Videos zusammenzufassen und zu verbreiten, sich ein bisschen mehr Gedanken um potenzielle Lösungen macht. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bald wieder.